Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo, Frido. Ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Ab morgen bist du ein 1a Schüler. Würdest du nicht in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne hier zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Ja, auf jeden Fall.